I've been wondering what has happened to you now I'm the only one that's struggling to move on Yeah Guess I thought that this was meant to last Hallo Minan, schön, dass ich wieder eingeschaltet habe. Ich begrüsse euch zu einem weiteren Video. Ich bin am 24. Oktober mit Andi, meinem Bruder, nochmals im flumsen Berg. Wir dachten, wir gehen nochmals in die Berge, bevor die Saison endgültig vorbei ist. Dort war leider nur der Blue Salamander offen, auch wenn er sehr cool ist, aber es wäre cool gewesen, noch die anderen zwei Trails zu fahren. Genau. Andi, der im Frühling leider gerade bei Saison Anfang den Arm gebrochen hat und nach zwei Monate Pause hatte, war nicht viel auf dem Bike, so auf Trails in den Alpen. und dadurch ist natürlich auch der mentale Zustand, also der Respekt, der Brain Fucker, wie man so schön sagt, voll aktiv gewesen. Am Anfang hat man das ein wenig gemerkt, dadurch dass es einfach nicht der gleiche Flow drin war, verkrampft, ja völlig verständlich, ist mir auch so gegangen nach meinem Crash und der ist halb so wild gewesen. und nachher hat man gemerkt, mit jeder Runde ist Andi lockerer geworden, schneller geworden, flowiger geworden, verspielter geworden, einfach geil gewesen für mich, von hinten zum zuschauen. Ich wollte aber gar nicht viel vor und weg nehmen. Schaut es euch an. Ist ein geiler Tag gewesen. Bleibt dabei. Peace. 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 Drei Minuten. Ja alles gut. Gehen. Nice. Here we go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020